Die kann man sich auf dem heißen Stein, kann man sich die Brüssel und so lange drauf lassen, wie man es selber will. Hier ist das Gleiche. Das werden wir gleich anfangen. Da gibt es Fabri, die sind kostenlos dabei. Und als Beilage kann man sich einen Salat bestellen. Und wenn man eine Beilage hat, kann man sich die Beilage nochmal bestellen, ohne was bezahlen zu müssen. Also man kann sich nochmal einen Salat holen, wenn man sehr viel Hunger hat. Ja, dann werden wir jetzt mal einfach mal anfangen.